Die Welt des Erich von Däniken Vorgestellt von Rainer Holbe Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein Riesenschritt für die Menschheit. Mit diesen bewegten Worten leitete Neil Armstrong am 21. Juli 1969 eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte ein. Als er seine Füße auf die mit pulvrigem Staub bedeckte Oberfläche des Mondes setzte, begann auf der Erde das Zeitalter der Weltraumfahrt. Zum ersten Mal hatten Bewohner ihren Heimatplaneten verlassen, um in die Weiten des Universums aufzubrechen. Wirklich zum ersten Mal? Der Sachbuchautor und Privatgelehrte Erich von Däniken ist der Meinung, dass sich schon vor Jahrtausenden Bewohner ferner Planetensysteme auf die Reise machten, um die unendlichen Räume des Kosmos zu erkunden. Dabei waren sie auch auf einen blau schillernden Planeten am Rande einer riesigen Galaxie gestoßen. Terra, die Erde. Der Planet hat eine lebensfreundliche Atmosphäre, in der eine üppige Tier- und Pflanzenwelt gedeiht und auch menschenähnliche Wesen bereits Fuß gefasst haben. Die fremden Raumfahrer errichten überall auf der Erde ihre Stützpunkte, indem sie ein unsichtbares, natürliches Energienetz für ihre Strategie benutzen, die sogenannten Leylines. Auf Landkarten des europäischen Kontinents beispielsweise kann man markante Punkte in der Landschaft miteinander verbinden, dass sie unsichtbare Dreiecke, Fünfecke und Pentagramma bilden. So verbanden Geomanden die Externsteine bei Goslar mit dem Standort der Cheops-Pyramide und dem Ortsal Waage auf den Kanarischen Inseln, der für viele Atlantis-Forscher einer der Säulen des untergegangenen Kontinents sein soll. Sie erhielten ein klassisches, gleichschenkliches Dreieck, exakt 51 Grad, 51 Minuten und 14,3 Sekunden. Das ist eine höchst geheimnisvolle, aber eindeutig wahre Geschichte. Man kann sie nachkontrollieren. Jeder, der einen Globus zu Hause hat oder gute Karten, kann das gleich machen. In Dänemark gibt es die sogenannten Wikingerburgen. Nun sind die Wikinger eigentlich ein seefahrendes Volk gewesen und ein sehr junges Volk. Sie haben nichts mit der Steinzeit von vor Jahrtausenden zu tun. Wikinger, mein Gott, das gab es noch im 12., 13., 14. Jahrhundert. Kurioserweise sind diese dänischen Wikingerburgen alle kreisrund. Es sind kreisrunde Welle, die ineinander verschachtelt sind. Also ein innerer Wall, ein größerer Wall, ein noch größerer Wall. Immer Kreise. Und schon diese geometrische Form des Kreises ist eigentlich nicht Wikingerart. Die Wikinger, das waren Haudegen. Und wenn die Wikinger irgendwo Burgen errichtet haben, dann steht es am Wasser. Einige dieser dänischen Wikingerburgen liegen überhaupt nicht am Wasser, nicht am Meer. Und nun das Eigenartige. Ein dänischer Pilot, Breben Hansen heißt, er ist Privatpilot. Er hat sich an einem schönen Tag mal über diese große dänische Wikingerburg Trelleborg erhoben. Er sah von oben den kreisrunden Wall. Im Kreis drin gibt es ein Kreuz. Einer Laune folgend hat er seinen Kompass eingestellt in einem ganz bestimmten Kurs, nämlich auf die zweite Wikingerburg zu. Es gibt mindestens vier davon. Die heißt Vierkat. Vierkat. Wiederum einer Laune folgend, ließ er den Kurs, wie er war, als auf einer geraden Linie weiter. Und siehe da, bald hatte er nach 218 Kilometern die nächste Wikingerburg unter sich. Dann folgten 164 Kilometer dazwischen Land, Wasser, Meer, Buchten, wieder die nächste Wikingerburg. Sie lagen alle wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Schnurgerade. Und das ist überhaupt nicht Wikingerart. Jetzt kommt das Erste. Ich bin der Überzeugung, die Wikinger, die relativ jungen Wikinger, haben sich herniedergelassen an heiligen Orten, die schon längst vor ihnen heilig waren. Die schon längst vor ihnen irgendeinen markanten Punkten der Religiosität in der Glaubenswelt der damaligen Völker eingenommen haben. Dieser dänische Pilot, der Breben Hansen, der wurde natürlich stutzig, nachdem er vier Wikingerburgen in einer geraden Linie hatte. Und zu Hause zog er mal die Linie auf einem Globus weiter. Und siehe da, unter der Linie lagen verschiedene andere prähistorische Orte und die Linie endete voll, aber wirklich im Zentrum des griechischen Orakelortes Delphi. Nun muss man wiederum wissen, Delphi, das war der Ort des Gottes Apollon. Apollon ist herniedergestiegen, war einer der Götter. Er wird auch als Lichtergott beschrieben. Delphi war im Altertum der Nabel der Welt. Dort stand ein Stein mit zwei geflügelten Wesen, der Ophalon. Delphi war ein Orakelort. Also irgendwer hat vor langer, langer Zeit, von Jahrtausenden, den Menschen Ratschläge gegeben, hat sie unterwiesen, hat sie geheilt. Apollon ist auch ein Heilgott. Der erste seiner Söhne ist der Asklepios, der heute noch von den Ärzten als Ur-Urarzt eigentlich versehen wird. Von diesem Apollon weiß man, das ist unbestritten in der Mythenforschung, dass er jährlich einmal in ein geheimnisvolles Land im Norden entschwand, in das Land der Hyperborea. Jetzt mache ich mal eine kurze Idee. Apollon war ein Außerirdischer. Irgendwo in einem Orbit um die Erde kreiste ein Mutterraumschiff, aber auf der Erde selbst hatte man zwei, drei Basen. Eines dieser Basen war in Griechenland, dort wo später Delphi entstand. Nachdem sich die Basen errichtet hatten, also zwei, drei Außerirdische sich hier niedergelassen haben, vielleicht ihre Kunststoffzelte aufgeblasen haben oder weiß ich was, strömten die Menschen natürlich hinzu. Die Außerirdischen brauchten Kontakt. Sie gaben zuerst mal Rat. Sie haben medizinisch geholfen. Sie haben die Kranken geheilt. Man braucht ja Vertrauen. Man braucht eine Basis schließlich. Für ihre terrestrischen Flüge haben die Außerirdischen kein Raumschiff benutzt. Um Gottes Willen, nein. Sie haben irgendein Fahrzeug gehabt, vielleicht einen sehr schnell fliegenden Zeppelin, einen Heißluftballon. Das ist sehr praktisch. Das kann man auch im Altertum machen. Es gibt Überlieferungen davon. Vielleicht irgendein flugzeugähnliches Gebilde. Und diese Flugrouten waren selbstverständlich gerade Strecken. Man läuft die kurze Distanz. Das ist eine Frage des Treibstoffs. Auf der Distanz hat der Gott Apollon natürlich da und dort Zwischenstops eingelegt. Es galt überall, Menschen zu unterweisen, Menschen zu heilen, Menschen zu helfen, Menschen zu infizieren, ihnen Gebote zu geben, Verbote, Spielregeln für eine Gesellschaft. Überall hat man Menschen unterrichtet, denen man sagte, ihr haltet diesen Punkt stets frei. Hier dürfen, was weiß ich, keine Kräuter wachsen, keine Bäume wachsen, denn das ist ein Landeplatz von dem, der herniedersteigt aus den Wolken. Aus den Menschen, die man so unterwiesen hat, wurden später Priester. Es wurden die heiligen Orte. Und diese heiligen Orte liegen natürlich wie in einer Perlenschnur auf schnurgeradenen Strecken, auf den alten Flugrouten. Die Wikinger wiederum haben sich von dieser Perlenschnur die Punkte ausgesucht, die zu ihrer Zeit bereits entstanden. Dieses Beispiel lässt sich klipp und klar beweisen auf jeder Landkarte. Folgt man den Ideen des Erich von Däniken, dann müssen nicht nur Griechischlehrer umdenken. Apollon, der Bruder seiner Schwester Artemis, der Gott der Medizin, der Dichtkunst und der Weissagung, ein außerirdischer Entwicklungshelfer? Sein hoher moralischer und geistiger Anspruch machte Apollon zum Erhalter der Zivilisation, wurde er doch auch als Gott des Lichtes verehrt. Seine amorösen Abenteuer verliefen meist erfolglos. Daphne verwandelte sich in einen Lorbeerbaum, um ihm zu entgehen. In der Tat beherrschten zahlreiche Götter das Denken früher Zivilisationen. Ganze Städte wurden zu Ehren der herniedergestiegenen Himmelssöhne gebaut wie Tulum und Teatihuacan in Mexiko, Buritaka und Tikal in Kolumbien, Brambanan auf Java und die Pagodenstadt Bagan in Burma. Überall dort findet man noch die Abbilder himmlischer Lehrmeister in Steingehauen auf Tempelmauern und Stelen. Besonders fündig werden die Forscher der Ancient Astronaut Society, jene Männer und Frauen, die nach Beweisen für die Präastronautik suchen, in Ägypten. Besonders die große Pyramide des Cheops ist ein gigantisches mathematisch-astronomisches Rätsel aus Stein. So entspricht etwa der Umfang der Pyramide massstabsgetreu dem Umfang der Erde am Äquator. Die Frage drängt sich auf, ob es schon in prähistorischer Zeit Verbindungen zwischen den einzelnen Hochkulturen auf unserem Planeten gegeben hat, Kontakte zwischen den Erbauern der Pyramiden in Ägypten und Südamerika beispielsweise. Muss es eindeutige geben haben. Die große Pyramide von Gizeh, etwa 30 Kilometer westlich von Kairo, steht im Zentrum aller Kontinente. Sie teilt Meere und Länder in zwei gleich große Teile. Die Nord-Süd-Linie über Gizeh bedeckt am meisten Landfläche der Erde. Das ist übrigens ein Punkt, den man sehr leicht kontrollieren kann. Auch zu Hause. Gehen Sie an den nächsten Globus oder an eine Weltkarte, nehmen Sie eine Schnur und spannen Sie die Schnur vom Nordpol zum Südpol und lassen Sie die Schnur so laufen, dass sie über Gizeh läuft. Wie gesagt, etwa 30 Kilometer westlich von Kairo. Jetzt achten Sie auf das Land unter der Schnur und dann verschieben Sie die Schnur, egal wohin, ob nach Rio oder New York oder Zürich. Sie werden zwar ein paar Stellen finden, wo auch sehr viel Land unter der Schnur liegt in der Nord-Süd-Richtung, aber keinen Punkt, wo so viel liegt wie unter Gizeh. Oder der Abstand der großen Pyramide zum Mittelpunkt der Erde ist genau gleich groß wie der zum Nordpol. Das sind nur ein paar wenige, wenige Punkte. Die klassische Ägyptologie ist überzeugt, ein Pharao namens Cheops habe um zweieinhalb Tausend vor Christus dieses Bauwerk dorthin pflanzen lassen. Aber Cheops und seine Priester, die konnten nun mal nichts wissen von der Verteilung von Land und Wasser oder vom Abstand zum Erdmittelpunkt oder zum Nordpol. Deshalb kommt die Frage erneut, woher die Kenntnisse? Ich behaupte nicht, um Gottes Willen, nein, Außerirdische hätten die Pyramiden gebaut. Die dachten nicht daran, sich die Finger schmutzig zu machen. Aber sie waren die Lehrmeister. Sie waren teilweise Instrukteure, Entwicklungshelfer. Sie sagten dem Pyramidenbauer, und nach der arabischen Überlieferung ist das nicht Kreops, sondern ein Mann namens Saurit, sie sagten ihm, Hier sollst du dein Monument hinpflanzen, denn sie wussten sehr genau, dass die Menschen der Zukunft ihren Globus einmal kennen würden und dass sie stutzig werden müssten wegen diesem seltsamen geografischen Punkt. Viele Rätsel der großen Pyramide sind auch heute noch nicht gelöst. Und die Frage aller Fragen lautet, ein solcher Aufwand zum Bau dieses letzten der großen Weltwunder der Antike für das Grab eines Pharao? Und wenn es das Grab eines Pharaos wäre, dann würde man wenigstens an den Wänden der Pyramide würde man wenigstens etwas hören über diesen Pharao. Es müssten Lobpreisungen da sein, Heldentaten von ihm. Aber die große Pyramide ist die absolute Anonymität. Nicht eine einzige mickrige Inschrift ist in der großen Pyramide gefunden worden. Nun sagt der griechische Historiker Herodot, und das ist der einzige übrigens, der das sagt, alle anderen sagen es nicht, eben dieser Cheops, dieser Pharao, habe die Pyramide erbaut und der Herodot behauptet weiter, Cheops sei ein Tyrann gewesen. Er habe während 20 Jahren 100.000 Sklaven an diesem Bauwerk schuften lassen. Alle Tyrannen der Welt sind eitel. Und wenn Cheops der Bauherr wäre, dann wäre er eitel und die Wände würden nur so strotzen von seinen Heldentaten. Wenn man ein bisschen den akademischen Lack wegkratzt an der Lehrmeinung, bleibt eigentlich von Cheops gar nicht viel übrig. Und interessanterweise, die Araber, die haben auch Historiker. Nicht nur wir Westmenschen, nicht nur wir haben einen Herodot, also einen Griechen, oder einen Diodo von Sizilien, oder einen Strabon. Das waren alles Männer, die vor 2.000 und 2.500 Jahren in Ägypten waren. Nicht nur wir Westmenschen haben also solche Historiker, sondern die Araber haben auch sehr brillante Historiker gehabt, z.B. den Almas Udi, den Al-Makrissi. Auch die haben über die große Pyramide geschrieben und sie versichern unisono, es sei ein König namens Saurit gewesen, der das Bauwerk habe erstellen lassen, und zwar vor der Flut. Nach arabischer Datierung vor 12.000 Jahren ihrer Zeit. Das wären heute schon gegen 14.000 Jahre. Sie geben sogar die Gründe an, warum dieser Saurit das getan habe. Sie schreiben, die Araber schreiben das, damals seien die Wächter des Himmels erniedergestiegen. Viele Wächter hätten Schreibwerkzeuge in den Händen besessen, sie hätten die ersten Schulen eingerichtet. Denn die Menschen seien damals primitiv gewesen, unterentwickelt, sie hätten noch mit den Tieren an derselben Tränke getrunken. Der fortschrittlichste, der intelligenteste dieser Menschen war eben jener Saurit. Und die Wächter des Himmels haben dem Saurit eröffnet, eine schreckliche Katastrophe würde den Planeten heimsuchen. Saurit erkundigte sich, ob denn nach der Katastrophe das Land, in dem sie leben, wieder bewohnbar sei. Als dies bestätigt wurde, bat Saurit die Wächter des Himmels, um Erlaubnis, ein großes Monument errichten zu dürfen, das die Stürme der Zeiten überdauern würde. Und in dieses Monument wollte er alles Wissen der damaligen Zeit legen, damit dann die Nachfahren nach der Katastrophe nicht wieder von vorne anfangen müssten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist dieses Wissen des Saurit bereits entschlüsselt oder ist mit der Enträtselung großer Geheimnisse der ägyptischen Pyramiden noch zu rechnen? Eindeutig. Ein japanisches Team der Vaseda University von Tokio hat während zehn Monaten im Jahre 1987 die große Pyramide und das ganze Umfeld der großen Pyramide mit modernstem elektronischem Gerät abgetastet. Ich könnte fast sagen, durchleuchtet. Und siehe da, die Japaner entdeckten ein ganzes Labyrinth von bislang unbekannten Kammern und Räumen in der großen Pyramide. Viele Gänge sind auf elektronische Weise nachgewiesen worden und, was mich sehr verblüfft, die arabische Überlieferung behauptet, nämlich zwischen der Sphinx und der Pyramide gäbe es eine unterirdische Verbindung und auch das haben die Japaner nachgewiesen. Die Pyramiden der Pharaonen Cheops, Schäfren und Mykerinos auf dem Plateau von Gizeh sind Zeugnisse einer der ersten Hochkulturen dieser Erde. Waren sie einst die Grabmäler jener Herrscher Sinnbilder königlicher Macht? Oder bergen sie in ihrem Inneren das Wissen eines längst verblichenen Menschengeschlechts? Und welche Bedeutung hat der Sphinx jene sagenhafte Gestalt mit dem Körper eines Löwen und dem Gesicht des Pharao? Ist er eines jener vielen mysteriösen Mischwesen, Kreaturen zwischen Tier und Mensch, die Vorbilder für ägyptische Götterabbildungen waren? Erich von Däniken wird noch darauf antworten. Pyramiden finden wir nicht nur in Ägypten, auch in Mexiko, Peru und Kolumbien streben beeindruckende pyramidenförmige Bauwerke in den Himmel. Ja, sogar in China wurden Pyramiden entdeckt, sodass viele Forscher bereits von einem Pyramidengürtel sprechen, der sich um den Globus zieht. Befinden sich in 30 Metern Tiefe vor der kleinen japanischen Insel Yonaguni die Überreste gewaltiger Pyramiden, das Heiligtum einer 10.000 Jahre alten Hochzivilisation? Vor einigen Jahren entdeckten japanische Schwammtaucher südlich der Insel Okinawa künstliche Strukturen unter Wasser. Am Anfang meinte man, es handele sich um natürliche Felsschichtungen. Die Felsen bilden Schichten und über die Jahrtausende durch die Gezeiten das Wogen der Meere können solche Schichten absplittern und das sieht dann auch recht künstlich aus, obschons ganz natürlich entstanden ist. Nicht so in Japan. Man entdeckte Pyramiden unter Wasser. Das Wasser ist gestiegen, ob Mittelmeer, ob Atlantik oder Pazifik. Da kommt die Frage auf, wann ist das Wasser gestiegen? Am Ende der letzten Eiszeit. Damals, als weltweit die Gletscher schmolzen, stieg das Wasser und bedeckte irgendwelche Bauwerke und heute finden wir sie nur noch als Ruinen. Inzwischen geht auch eine Tauch-Expedition von Anthropologen, Geologen und Archäologen davon aus, dass es sich bei den seltsamen Formationen vor der Küste der Insel Yonaguni um Menschenwerk und nicht um eine Laune der Natur handelt. Die meisten japanischen Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass sie die Zeugnisse einer bisher unbekannten Kultur gefunden haben, zumal mittlerweile vier weitere tempelartige Bauten vor der Inselkette entdeckt wurden, zu der auch Yonaguni gehört. Doch nicht nur die Reste imposanter Bauwerke könnten von längst verschollenen Völkern und Zivilisationen auch seltsame Artefakte tauchen auf, die von der klassischen Archäologie nur schwer einzuordnen sind. So wimmelt es denn von rätselhaften Dingen, die rings um diesen Globus gefunden werden. Im Libanon fand man glasartige Felsbrocken, sogenannte Dektiten. Aber sie enthalten radioaktives Aluminium. Im Irak und in Ägypten an verschiedenen Orten hat man geschliffene Kristalllinsen gefunden, all dies in Gräbern, doch diese Linsen können sich heute nur unter Verwendung von Cäsiumoxyd herstellen lassen. Das ist ein Oxyd, das auch chemischem Wege gewonnen werden muss. In einem Grab in Heluan, Ägypten, fand man ein Stück Tuch, ein Gewebe von einer Feinheit und Zartheit, das sich heute nur in einer Spezialfabrik mit großen erfahrungstechnischen Kenntnissen weben ließe. Oder im Museum von Bagdad in Irak stehen tatsächlich elektrische Batterien, die nach dem galvanischen Prinzip arbeiten. Ebenfalls im Museum von Bagdad gibt es elektrische Elemente mit kupfernen Elektroden und einem unbekannten Elektrolyten. Die Universität London besitzt in ihrer ägyptischen Abteilung einen urzeitlichen Knochen, der zehn Zentimeter über dem rechten Handgelenk in einem glatten, rechtwinkligen Schnitt fachgerecht amputiert worden ist. In den vorderasiatischen Berglandschaften von Kohistan fand man Höhlenzeichnungen, welche die genauen Positionen der Gestirne wiedergeben, die sie in Wirklichkeit vor 12.000 Jahren einnahmen. Dabei sind Venus und Erde durch Linien untereinander verbunden. Auf der Hochhebene von Peru, aber auch in Bolivien, dort im Ort Pumapunku, über den ich schon gesprochen habe, fand man vier Ornamente aus Platin. Oder in einem Grab in Chuchu, das liegt in China, lagen Teile eines Gürtels, die aus Aluminium bestehen. Lauter unmögliche Dinge, sie sollten uns neugierig machen. Mit welchen Mitteln kommen primitive, in Höhlen lebende Wesen dazu, die Gestirne in ihren richtigen Positionen zu zeichnen? Aus welcher Präzisionswerkstatt stammen die geschliffenen Kristalllinsen? Wie konnte man Platin schmelzen und modellieren, da dieses Edelmetall erst bei Temperaturen von 1800 Grad zu schmelzen beginnt? Und wie erhielt man vor Jahrtausend Aluminium, das nur unter beträchtlichen Schwierigkeiten aus dem Bauxit gewonnen werden kann? Die Liste der seltsamen Funde ließe sich beliebig fortsetzen. Da lag er zum Beispiel im Britischen Museum in London ein gespenstisches Kleinod, ein fast sechs Kilo schwerer gläserner Schädel, der in den Ruinen einer alten Maya-Stadt Lubaandum in Britisch Kolumbien gefunden wurde. Der Schädel ist aus reinem Bergkristall gefertigt und nach Ansicht der Wissenschaftler bedürfte es der lebenslangen Mühe ganzer Generationen, um in geduldiger an die 150 Jahre während der Kleinarbeit einen gewaltigen Kristallblock so abzuschleifen, bis dieser etwa 3000 Jahre alte Schädel entstand. Oder stammt das Relikt gar aus dem Versuchslabor früher außerirdischer Besucher? Ebenso geheimnisvoll sind die Riesenkugeln von Costa Rica, Las Bolas Grandes, die im wahrsten Sinne des Wortes ans Licht kamen, als im letzten Jahrhundert dichter Dschungel zum Anbau von exotischen Früchten gerodet wurde. Arbeiter entdeckten Dutzende dieser magellos runden Gebilde, die für ihre Schöpfer offenbar eine besondere Bedeutung hatten und von denen manche in Form unseres Sonnensystems angeordnet waren. Eine archäologische Weltsensation fanden illegale Schatzsucher in der Nähe der Kleinstadt Nebra in Sachsen-Anhalt. Mit ihren Detektoren entdeckten sie in der Erde eine Metallplatte, die eine der ältesten Darstellungen des Kosmos durch den Menschen symbolisiert. Der Fund ist so groß wie eine Langspielplatte und etwa zwei Kilogramm schwer. Untersuchungen ergaben, dass die scheibenförmige Sternenkarte etwa 1600 Jahre vor der Zeitenwende erschaffen worden ist. Wer auch immer die Hersteller dieses künstlichen Kosmos gewesen sein mögen, sie hatten präzise Kenntnisse vom bestirnten Himmel, der sich exakt über den Fundort der Scheibe wölbte. Auf der Himmelsscheibe von Nebra befinden sich unter anderem 32 Sterne aus purem Gold, der Vollmond und die Mondsichel ebenfalls aus reinem Blattgold, sowie und dies ist ganz besonders bemerkenswert ein Abbild der Plejaden. Die sieben scheinbar dicht aneinander sehr früh auch das Interesse anderer Kulturen. So tauchen die Plejaden als die sieben kleinen Schwestern bei den Babylonien auf und Mystiker führen die Glückszahl sieben auf die exakte Anordnung dieser sieben fernen Sonnen zurück. Manchen Präastronautik Experten gelten die Plejaden als mögliche Heimat der frühen außerirdischen Besucher. Es sind unmögliche Dinge, über die wir hier reden und sie existieren tatsächlich. Warum diese Frage liegt mir am Herzen warum sind die ältesten Bibliotheken der Welt Geheimbibliotheken? Wovor hat man eigentlich Angst? Ist es die Sorge, dass die viele Jahrtausende behütete und verborgene Wahrheit vielleicht doch ans Licht kommt? Wir haben tausend und einen Irrtum der Vergangenheit zu korrigieren. Die Selbstsicherheit, die zur Schau getragen wird, ist fadenscheinig und vielleicht nur eine schlichte Form akutter Sturheit. Immer noch herrscht an archäologischen Tischen der Wahn vor, die Dinge müssen erst klipp und klar bewiesen sein, bevor sich seriösen Menschen damit beschäftigen. Dabei ist es für uns weiß Gott viel leichter und einfacher geworden als früher. Ehedem musste der, der einen neuen, noch nicht gedachten Gedanken aussprach, mit Ächtung und Verfolgung durch Kirche und Kollegen rechnen. Es müsste, denkt man, leichter geworden sein. Es gibt schließlich keine Bannbulle mehr und Scheiterhaufen werden auch nicht mehr entzündet. Allein die Methoden unserer Zeit sind zwar weniger spektakulär, aber sie sind kaum weniger fortschrittshemmend. Es geht geräuschloser und viel eleganter zu. Mit sogenannten Killer Phrases, so nennen es die Amerikaner, werden Hypothesen und neue Gedanken zugedeckt und eingefroren. Der Möglichkeiten gibt es viele. Da heißt's, das widerspricht den Satzungen. Oder, das ist zu wenig klassisch. Oder, das ist zu radikal. Wie wär's mit, da machen die Universitäten nicht mit. Oder, das haben andere auch schon versucht. Vielleicht, wir können keinen Sinn darin erkennen. Meinetwegen, das verbietet die Religion. Der gesunde Menschenverstand muss einem sagen, rief vor 500 Jahren noch ein Wissenschaftler in den Gerichtssaal, dass die Erde niemals eine Kugel sein kann. Sonst würden ja Menschen auf der anderen Hälfte ins Bodenlose stürzen. Es steht nirgends in der Bibel, sagte ein anderer Wissenschaftler, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Folglich ist jede solche Behauptung Teufelswerk. Borniertheit war schon immer ein besonderes An der Schwelle zum 22. Jahrhundert, denn baldmal ist's auch so weit, sollte der fortschrittende Intellekt für fantastische Realitäten offen sein. Er sollte begierig darauf sein, Gesetze und Erkenntnisse, die über Jahrhunderte als tabu galten, durch neue Möglichkeiten in Frage zu stellen. Mag eine Nobelgarde auch versuchen, alle die neuen Gedanken einzudämmen, da muss im Namen der Wahrheit, im Zeichen der Realität eine neue Welt gegen alle Unbelehrbaren erobert werden. Wer noch vor 60 Jahren in wissenschaftlichen Kreisen von Satelliten sprach, beging eine Art von akademischem Selbstmord. Heute kreisen künstliche Himmelskörper um den Planeten. Sie kreisen um die Sonne, sie haben den Mars und den Jupiter fotografiert und sind inzwischen sanft auf Mond, Venus und Mars gelandet. Die Fantasie ist Wirklichkeit geworden. Erich von Däniken erforscht seit Jahrzehnten die prähistorischen und archäologischen Fakten so wie die damit verbundene Botschaft Uralter heiliger Bücher. Das Wort unmöglich ist für ihn im wahrsten Sinne unmöglich geworden. Wer wie Erich von Däniken die Erkenntnisse aus der Vergangenheit mit den Möglichkeiten unseres technischen Zeitalters verknüpft, wird leichter altvertraute Lehrgebäude verlassen und sich den revolutionären Fragen unserer eigentlichen Existenz stellen können. Mir werft man immer wieder vor, ich sei ein Fantast und einige betrachten das als Schimpfwort. Ich bin stolz darauf, ein Fantast zu sein. Es sind die Fantasten, die die Welten verändern und nicht die Erbsenzähler. Dazu fällt mir eine kleine Geschichte ein. Jedermann weiß, dass Jules Verne ein Fantast war. Jules Verne hat unter anderem fantasiert, man könne den Mond in einer ausgehöhlten Kanonenkugel erreichen. Das war die Reise zum Mond von Jules Verne. Ein junger Ingenieur aus Siebenbürgen las damals die Geschichte von Jules Verne und sagte sich nein, so geht's nicht. In einer hohlen Kanonenkugel kann man den Mond nicht erreichen. Und er fing an nachzudenken und zu rechnen. Die Frage ließ ihn nicht los, wie könnte man den Mond erreichen? 1928 erschien sein erstes Buch, Titel Die Rakete zu den Planetenräumen. Der junge Ingenieur ist der spätere Vater der Weltraumfahrt, Professor Dr. Hermann Obert. Wiederum ein klein bisschen später wurde Werner von Braun der Schüler eben dieses Hermann Obert. In diesem Beispiel haben wir vom Fantastenschule Verne bis zur Realität gerade mal zwei Generationen. Die Bibel ist das Heilige Buch der Christenheit und eine Fundgrube für Weisheiten und Lebensregeln. Doch ist sie auch ein Geschichtsbuch? Schildert das Alte Testament wirkliche Ereignisse oder sind es mehr Gleichnisse, um die Welt besser zu verstehen? Oder stecken hinter vielen der biblischen Geschichten wahre Ereignisse, erzählt von einem Hirtenvolk und in der blumigen Sprache der Orientalen? Was geschah wirklich in Sodom und Gomorra? Was verbarg sich in der Bundeslade? Und gab es den Noah tatsächlich, der sich mit seiner Arche vor der Sintflut rettete? Ich selbst bin katholisch erzogen worden und ich war ein Lausbub als Knabe. Meine Eltern mussten mich in ein Internat stecken. Das war das damalige Collège Saint-Michel in Fribourg in der Schweiz. Zu meiner Zeit war dieses Internat von Jesuiten gemanagt. Die Jesuiten sind katholische Priester, jeder hat mindestens zwei Doktortitel, die klugen Köpfe, die Elite sozusagen, unter den katholischen Geistlichen. Wir Jugendlichen mussten Latein und Griechisch lernen und immer wieder Bibel Übersetzungen machen von einer Sprache aus die anderen. Und damit hat etwas angefangen, das mich ein Leben nicht mehr losgelassen hat, denn die Bibel steckt voller Geheimnisse und Widersprüche. Die Genesis, das erste Buch Moses, beginnt mit der Erschaffung der Erde, die geologisch exakt wiedergegeben ist. Aber woher wussten eigentlich die Chronisten, dass die Mineralien den Pflanzen und die Pflanzen den Tieren vorangehen? Zitat Lasset uns den Menschen machen nach unserem Bilde, steht im ersten Buch Moses Vers 26. Warum spricht Gott eigentlich im Plural in der Mehrzahl? Warum sagt er uns, nicht ich? Warum unseren, nicht meinem? Ich habe damals als Gymnasiast meine Professoren gefragt, warum die Mehrzahl? Und man hat mich mit allen möglichen eher dummen Antworten abgespießen. Da hieß es, die Mehrzahl sei das Pluralis Majestatis. Man braucht das in Königshäusern, wo zum Beispiel immer mit wir angesprochen wird. nie in der Einzahl. Oder man sagte, junger Mann, vergiss nicht, dass Gott drei Personen hat, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, deshalb die Mehrzahl. Aber die Dreifaltigkeit ist eine Erfindung des Neuen Testaments. Im Alten Testament gab es die gar nicht. Später sind wir dann zurück gegangen auf das hebräische Original und dort durfte ich lernen, dass im Hebräischen das Wort Gott ein Begriff ist, der nur in der Mehrzahlform existiert. Es heißt dort Elohim. Es gibt Elohim überhaupt nicht in der Einzahl. Wir hätten korrekterweise übersetzen müssen, die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde. Die Einzahl hat man natürlich auch deshalb eingefügt, weil das mosaische Gesetz von dem einen Gott spricht, aber ursprünglich war von vielen Göttern die Reden. Noch ein Zitat aus der Bibel. Als aber die Menschen anfingen, sich auf der Erde zu mehren und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sie sich zu Weibern, welche sie nur wollten. Da steht im ersten Buch Moses, Kapitel 6, Vers 1 bis 2. Wer hat eine Antwort auf die Frage, welche Gottessöhne sich Erdenmädchen zu Weibern nahmen? Das alte Israel hatte doch nur einen einzigen unantastbaren Gott. Woher kommen diese Gottessöhne? Doch weiter der Ungereimtheiten, Zitat, zu jenen Zeiten und auch nachmals noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen sich gesellten und diese ihnen Kinder gebaren, waren die Riesen auf Erden. Das sind die Recken der Urzeit, die hochberühmten. Nachzulesen im ersten Buch Moses, Kapitel 6, Vers 4. Da tauchen sie wieder auf, diese Gottessöhne, die sich mit dem Menschen vermischt haben sollen. Hier ist auch zum ersten Mal von Riesen die Rede. Was sollen das für Wesen gewesen sein? Riesen tauchen übrigens in den meisten uralten Menschen Überlieferungen auf. Sei es bei den Eskimos, sei es bei den Hochland Indios in Peru oder bei den Vorfahren der Maya. Was für Riesen! Jetzt haben wir gehört, dass in der Bibel geschrieben wird, diese Fremden, diese Riesen, diese Kinder gezeugt. Wie soll man sich das praktisch vorstellen? Eine außerirdische Intelligenz wird vermutlich nicht dieselben Geschlechtsapparate haben wie wir Menschen. Eine außerirdische Intelligenz wird vermutlich auch nicht dieselben Chromosomensätze haben wie wir. Vielleicht kann man sich das Ganze künstlich vorstellen. Nehmen wir mal an, vor vielen Jahrtausenden landete die erste außerirdische Mannschaft auf der Erde. Diese außerirdischen begriffen sehr schnell, es wimmelt von Leben auf diesem Planeten, aber eine der Lebensform war die fortgeschrittenste, nämlich unser Vorfahre, irgend so ein affenartiges Wesen. Die außerirdischen suchten ein hervorragendes Exemplar und nahmen von diesem Vormenschen eine einzige Zelle. Die Zelle haben sie künstlich verändert, indem man die Basenreihenfolge im DNS-Molekül abändert. Das machen übrigens unsere Genetiker jeden Tag, sie hören nur nichts davon in den Medien. Die veränderte Zelle kommt in eine Nährlösung, die Zelle wächst also. Jetzt wird die Zelle einem Weibchen derselben Spezies in die Gebärmutter gelegt. Das ist künstliche Befruchtung, auch das praktizieren wir schon seit 20 Jahren. Das Weibchen wird also einem Kind das Leben schenken. Das Kind hat selbstverständlich den Stammbaum der Eltern, also die ganze Evolutionslehre muss nicht auf den Kopf gestellt werden. Knochenmark, Skelett, Rücken, alles stimmt, das Kind ist immun gegen unsere Viren und Bakterien. Aber durch die gezielte künstliche Veränderung in der Zelle hat dieses menschliche Wesen jetzt einige zusätzliche Eigenschaften, die der ganze Rest der Vormenschen nicht hat. So wie man eine neue Population aus demselben Stamme erschaffen möchte, braucht man mindestens zwei, ein Mädchen und ein Junge. Und damit landet man in der Legende von Adam und Eva. Die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde und alle Widersprüche lösen sich auf. Ein kühner Gedanke. Doch erst in unserer Zeit verstehen wir, was damit gemeint ist. Lebewesen werden geklont, der genetische Code ist entschlüsselt und menschliche Empryonen können in flüssigem Stickstoff Jahrhunderte überleben. Der Mensch hat längst in die Schöpfungsgeschichte eingegriffen. Wer sagt uns, dass die außerirdischen Besucher in prähistorischer Zeit nicht ähnlich gehandelt haben und das Erbgut damaliger Erdenbewohner mit ihren eigenen Genen vermischten. Die Götter schufen also die Menschen nach ihrem Ebenbilde. Das zwingende, wenn auch höchst überraschende Ergebnis wäre demnach, wir sind die Außerirdischen. In der Bibel wimmelt es von diesen rätselhaften Widersprüchen, die jeder, der eine Bibel hat, leicht nachlesen kann. Das ist die Geschichte von Sodom und Gomorrah. Sie wird im ersten Buch Moses, Kapitel 19, beschrieben. Da kamen also zwei sogenannte Engel eines Abends zu Lot. Lot soll ein gerechter Mann gewesen sein. Die beiden Engel gingen in sein Haus, aber Lot hat sie offenbar erwartet. Er begrüßte sie freundschaftlich und bewirtete sie. Die Bibel schreibt, dass Sodom eine Stadt der Lüstlinge gewesen sei. Die Männer Sodoms wollten den beiden Engeln, die offenbar hübsch aussahen, beiwohnen. Die beiden Engel mussten nur ein Machtwort sprechen und die Lüstlinge der Stadt waren plötzlich benebelt, buchstäblich benebelt. Sie sahen nämlich nichts mehr. Sie konnten die beiden Fremden nicht mehr sehen. Die Engel bitten nun Lot, er solle dringend aus der Stadt heraus, denn der Herr habe beschlossen, die Stadt zu vernichten. Aber Lot zögert. Er bringt alle möglichen Einwände. Er fragt, aber wenn es hundert Gerechte gibt, würde dann der Herr die Stadt vernichten? Wenn es wenigstens zehn Gerechte gibt oder sieben oder sechs oder fünf. Die Engel werden ungeduldig, sie zerren Lot, sein Weib und seine Töchter mit aus der Stadt heraus und sagen, er solle jetzt sofort rausgehen, wenn er nicht gehen würde, könnten sie nichts mehr für ihn tun. Sie schärfen ihm ein, er soll ins Gebirge gehen und ja nicht zurückblicken, denn der Herr würde die Stadt vernichten. Und so geschah es dann auch. Die Stadt wurde vernichtet, Feuer und Schwefel soll vom Himmel gefallen sein. Die Bibel vermerkt dann noch, Loths Weib habe sich umgeblickt und sei zur Salzsäure erstarrt. Ich frage mich, Jahrtausende später, was ist eigentlich geschehen? Ich bin ein gläubiger Mensch, aber mein Gott, an den ich gerne glauben will, ist zeitlos. Dieser liebe Gott hat es nicht nötig, Experimente zu machen und dann abzuwarten, wie sie ausgehen. Das müsste er vorher schon wissen. Als Gott die Erde erschaffen hatte und die ersten Menschen, da hatte Gott festgestellt, es ist gut. Das will ich auch annehmen von einem göttlichen Schöpfungsakt. Kurz später reute es den Herrn, dass er den Menschen geschaffen hatte und es bekümmerte ihn tief und er beschloss dann durch die Sintflut sein eigenes Werk zu vernichten. Hätte er das nicht vorher wissen müssen? Hier bei der Vernichtung von Sodom und Gomorra treten dieselben Widersprüchlichkeiten auf. Offenbar hat Gott beschlossen, die Stadt zu vernichten, weil irgendeine Brut sich hier breit gemacht hatte, die nicht in eine ganz bestimmte Entwicklungslinie passte. Lief der Countdown? Konnte der liebe Gott oder wer immer dahinten verstanden wurde, diesen Countdown nicht mehr stoppen? War dies der Grund, weshalb die Engel unbedingt drängten, Lot und seine Familie sollten jetzt gehen? Dass sie ihm sogar sagten, wir können nichts mehr für dich tun, wenn du jetzt nicht augenblicklich aus der Stadt gehst? All das, was man hier liest, im Zusammenhang der Vernichtung von Sodom und Gomorra, ist eigentlich eines allmächtigen, allgegenwärtigen, zeitlosen Gottes nicht würdig. Wir müssen es mit etwas anderem zu tun gehabt haben. Sind Sodom und Gomorra wirklich durch eine frühgeschichtliche nukleare Katastrophe zerstört worden? Und sind die geschilderten Engel, die Lot und sein Weib aus der Stadt führten, Weltraumreisende in ihren Schutzanzügen gewesen? Starte Lots Weib direkt in die alles vernichtende Sonne einer Atomexplosion? Im Lichte unserer heutigen technischen Epoche lassen die alten Schilderungen viele Deutungen zu, auch wenn sie uns oft übertrieben und fantastisch erscheinen. Wir haben es schon gehört, Erich von Däniken ist ein gläubiger Mensch, aber sein lieber Gott muss keine Städte zerstören, er braucht keine schwerter schwingenden Engel und erst recht stellt er seine Geschöpfe nicht vor grausame Herausforderungen. Ich bin ein gläubiger Mensch und ich glaube an den lieben Gott. Aber mein lieber Gott muss ein paar minimale Eigenschaften haben. Zum Beispiel er macht keine Fehler, der liebe Gott wäre zeitlos, er muss keine Experimente machen, um abzuwarten, wie gehen sie aus und selbstverständlich ist der liebe Gott allgegenwärtig. Das heißt, er würde kein Fahrzeug brauchen, um sich von Punkt A nach Punkt B zu bewegen. Was geschieht aber bei Moses? Genau das Gegenteil von dem, was ich aufgezählt habe. Bevor Moses die zehn Gebote erhält, befiehlt der liebe Gott dem Moses, er solle einen Zaun, ein Gehege um den Berg herumbauen, damit das Volk nicht hereinbreche. Nun mein lieber Gott, ein metaphysisches Wesen, das hätte es nicht nötig, zuerst mal einen Schutzzaun errichten zu lassen. Der liebe Gott sagte Moses, das Volk solle sich entfernen, bevor er auf den Berg herniederfahre. Und so geschieht's dann. Mit Rauch, Feuer, Beben, Lärm, Donnerngestank fährt irgendein Gebilde auf den heiligen Berg hernieder. Das Volk aus großer Distanz steht bebend da und schaut zu. Was also hat sich hier manifestiert? Moses schliesslich wird auf den Berg gebeten und dort soll er vom lieben Gott zehn Gebote bekommen haben. Wenn man diese Gebote liest, zumindest die ersten sieben, dann sind das eigentlich Spielregeln, die im ganzen Universum gelten müssten unter intelligenten Lebensformen. Einfache Spielregeln wie du sollst nicht stehlen. Stellt euch mal vor, wir würden nicht stehlen. Wir brauchen keine Schlösser mehr. Wir brauchen keine Angst zu haben. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Kein Ehebruch. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten. Einfache Regeln, die eigentlich in der ganzen Galaxie unter vernunftbegabten Wesen gelten müssten. Für meine Begriffe hat sich hier nicht der liebe Gott, ein metaphysisches, geistiges Wesen manifestiert, sondern irgendeine Gruppe von Außerirdischen. Im Alten Testament greift Gott beständig ein in das Leben der Menschen. Er weist Lot und sein Weib aus einer vom Untergang bedrohten statt. Er gibt Moses die zehn Gebote und er rät schließlich Noah, eine Arche zu bauen, damit er sich und die Seinen vor der Sintflut rettet. War es Gott oder sind es nicht eher die Götter, jene fremden Wesen aus einer anderen Region unseres Universums? Dieselbe Verwirrnis taucht auf bei der Arche Noah. Da beschließt der liebe Gott also diese Sintflut, aber vorher warnt er Noah, er solle ein Schiff bauen. Der liebe Gott gibt Anweisungen über Länge und Breite und Größe dieses Kahns und er warnt den Noah, es würde 40 Tage lang regnen. Er solle alle Tiere jeder Gattung in das Schiff hineinnehmen. Die Geschichte ist altbekannt, Noah tut wie befohlen, es beginnt dann zu regnen und nach 40 Tagen soll der Kahn auf dem Gipfel des heutigen Berges Ararat angelandet sein. Warum eigentlich kann Gott die Menschheit nicht anders zerstören als durch eine Flut? Warum muss der Überlebende zuerst mal ein Schiff bauen? Inzwischen weiß man, dass die biblische Geschichte im ersten Buch Moses überliefert eine Second-Hand Story, eine Geschichte aus zweiter, vielleicht sogar aus dritter Hand ist. Denn vor 40 Jahren fanden Archäologen im Hügel von Kunjutschik, das ist das ehemalige Ninive, fanden sie eine Bibliothek des Assyrer Königs Asopanibal. Darauf die Geschichte von Gilgamesch. Gilgamesch, der König der Stadt Uruk. Und dort liest man wiederum eine Sintflut-Story, nur viel älter als die in der Bibel. Im Gilgameschepos befiehlt eine Göttin dem Gilgamesch und dem Utnapichim, dem Überlebenden der Flut, er soll ein Schiff bauen. Übrigens, Utnapichim nimmt dann nicht Tiere einer jeglichen Art in sein Schiff, sondern Handwerker einer jeglichen Kunst, was mir eher vernünftig erscheint, als Tiere jeder Art. Auch dieses Schiff im Gilgamesch-Epos landet dann auf den Bergen. Jetzt kommen die Götter hernieder, kreisen über dem Schiff. Es kommt zu einem Streit der Götter. Sie streiten untereinander, wer habe diesen Menschen gewarnt vor der kommenden Flut. Eine Göttin Inanna mit Namen gesteht dann, sie sei es gewesen. In der Urversion der Sintflutstory also, die älter ist als die Bibel, war die Sintflut eine abgekartete, abgemachte Sache. Entweder künstlich herbeigeführt oder vielleicht durch einen Meteoriteneinschlag. Aber die Götter wussten zum Vornherein genau, wann der Meteorit einschlagen würde. Oder sie haben vielleicht Möglichkeiten gehabt, Teile der Arktis oder Antarktis aufzuschmelzen. So was könnte man heute mit einigen Kernbomben tun. Es war eine gezielte Sache und nicht eine zufällige Sache. Und irgendwer, ob jetzt der Gott der Bibel oder die Götter im Gilgames Chepos, wussten vorher Bescheid, dass es sich erheben würde, sonst hätten sie die Menschen nicht warnen können. Die Bibel nennt kein Datum für die Sintflut. Doch auch in weiteren Legenden wie dem eben angesprochenen Gilgamesch Epos finden sich Berichte über gigantische Überschwemmungen. Wissenschaftliche Untersuchungen weisen auf eine Sintflut vor 5000 bis 7000 Jahren. Zu dieser Zeit soll ein Mann namens Noah mit seiner Familie im mesopotanischen Tiefland gelebt haben. Wenn er tatsächlich eine Arche gebaut hat, dann müsste sie gigantische Abmessungen gehabt haben. Wo kann dieses Riesenschiff gelandet sein, nachdem das Wasser wieder zurückging? In alten Sagen finden sich Berichte, die auf den Ararat hinweisen, einen Berg im heutigen Grenzgebiet der Türkei, des Iran und der ehemaligen Sowjetunion. Tatsächlich gibt es dort in 4200 Metern Höhe unter Schnee und Eis begraben einen riesigen Holzkörper von schiffsartiger Form. Nachdem die Existenz dieses Gebildes bereits von frühen Wissenschaftlern bestätigt worden war, hat 1955 eine Ararat-Expedition aus einer Gletscherspalte einen Balken geborgen, dessen Alter auf etwa 5000 Jahre datiert wurde. Anfang 1970 fotografierten amerikanische und damals sowjetische Flugzeuge und Satelliten ein schiffsähnliches Objekt auf dem Ararat, das wegen der politischen Situation am Landeort noch nicht untersucht werden konnte. In der Bibel findet man viele Geschichten, die mit heutigen Augen betrachtet einen völlig anderen Sinn ergeben. Da liest man im zweiten Buch Moses Kapitel 25 über den Bau der Bundeslade. Man liest, Moses sei gemeinsam mit seinem Bruder Aaron vom lieben Gott auf den heiligen Berg befohlen worden. Dort bekommt Moses Anweisung zum Bau irgendeines Kastens. Die Länge wird vorgegeben, die Breite, es wird beschrieben, wie sie gebaut sein müsse, welches Metall, Gold, welche Legierungen eingesetzt werden sollen. Aber, und das hat mich immer schon erstaunt, es muss wohl ein Modell dieses Kastens gegeben haben, denn der liebe Gott sagt zu Moses, und siehe zu, dass du alles genau nach dem Vorbilde machst, das ich dir gezeigt habe. Wieder unten bei seinem Volk baut Moses die Lade und Aaron, sein Bruder, bildet eine neue Priesterkaste, das waren die Leviten. Nur die Leviten, die Fachleute eigentlich, durften sich der Bundeslade nähern. Man nennt sie übrigens Bundeslade, weil einfach geglaubt wird, es sei die Lade oder der Kasten des Bundes, des Bundes, den Gott mit Israel geschlossen habe. Bereits in der Bibel werden zwei Unfälle mit dieser Bundeslade zitiert. Einmal wird die Bundeslade auf einem Ochsenkarren transportiert und scheint auf unebenen Grund zu geraten. Die Lade will vom Karren stürzen. Der Priester in nächster Nähe, der hieß Ussa, versucht diesen Sturz zu verhindern und greift nach der Lade. In derselben Sekunde fiel er wie vom Blitz getroffen tot um. Was war das für ein gefährliches Ding? War Elektrizität im Spiel? Später kam es zu einem Kampf zwischen den Israeliten und den Philistern. Die Philister gewannen. Jetzt hatte sich herumgesprochen, dass die Israeliten im Besitze dieser Lade seien und es hieß, wer die Lade besitze, der stehe unter besonderem Schutz vom lieben Gott. Also was machten die Philister nach gewonnener Schlacht? Sie nahmen die Lade als Beutegut. Sie stellten die Lade in ihrer Hauptstadt auf und alle, die in die Nähe der Lade kamen, starben an seltsamen Krankheiten. Die Krankheiten werden beschrieben. Die Haut sei schuppig geworden, Blasen hätten sich ausgebildet, die Haare seien ausgefallen am ganzen Körper, überall hätten sich Blasen gebildet, bis runter zu den Zähnen, die Zähne seien ausgefallen. Heute erinnert das an Radioaktivität. Die Philister kriegten Angst, sie glaubten, der Gott der Israeliten strafe sie jetzt für den Raub der Lade. Eines Nachts luden sie die Lade auf einen Ochsen karren und peitschten die Tiere hinüber nach Israel. Am anderen Morgen sahen die israelitischen Bauern die Lade. Die Ochsen waren schon halbtot und brüllten vor Schmerz. Die Israeliten freuten sich, bildeten einen Kreis, Männer, Frauen, Kinder, tanzten um die Lade, lobten den Allmächtigen Gott, dass er die Lade wieder zurückgebracht hatte nach Israel. An jenem Morgen starben 72 Frauen, Männer und Kinder an seltsamen Krankheiten. Warum nur? Die Israeliten hatten doch nichts anderes gemacht, als ihrem Gott zu danken für die Rückkehr der Lade. Was war falsch an der Lade? Die weitere Geschichte kann man nicht in der Bibel nachlesen, sondern die liest man im äthiopischen Königsbuch. Das ist das Kebra Negest, eine uralte Überlieferung. Dort liest man, dass König Salomon unter anderem eine Liebschaft mit der Königin von Sabah hatte. Das Reich der Königin von Sabah wäre das heutige Äthiopien und Teile des heutigen Jemen. Immer wieder besuchte die Königin von Sabah ihren geliebten Salomon in Jerusalem und in Jerusalem im Tempel im Zentrum war die Bundeslade aufbewahrt. Eines Tages kam der Sohn Abimelech, der gerade 21 geworden war, um seinen Vater Salomon zu besuchen. Die Mutter zu Hause in Äthiopien steckte in politischen Schwierigkeiten und die Mutter hatte ihrem Sohn dem Abimelech gesagt, frag den Salomon, ob er dir die Bundeslade mitgibt als Geschenk, denn man weiß ja, wer im Besitz der Lade ist, der hat spezielle Kräfte. Salomon sagte seinem Sohn, Niemals kann ich dir die Lade geben, mein Volk würde Aufruhr veranstalten, selbst mich, den König würden sie vielleicht steinigen und er sagte noch, wenn du sie nimmst, dann nimm sie so, dass wir es nicht merken. Der junge Königssohn aus dem Hause Saba fertigte eine Kopie der Bundeslade an. Eines Nachts schlich er sich hinein ins Heiligtum, stahl das Original und setzte die Kopie an die Stelle. Es wird beschrieben im äthiopischen Königsbuch, wie die Bundeslade geflogen sei, über die Obelisken, über die Pyramiden, bis hinunter nach Äthiopien. Die Königin von Saba freute sich über die Lade. Sie ließ 3000 Krieger zum Schutz der Lade aufstellen. Doch schon nach wenigen Tagen wurde einer nach dem anderen krank. Dieselben unheimlichen Krankheiten. Jetzt bekam die Königin von Saba Angst. Was war nur mit dieser Lade? Sie ließ die Lade in ein tiefes Loch hineingraben und mit Erdreich zudecken. An der Stelle übrigens steht heute in Äthiopien die Stadt Axum und an der Stelle, wo die Bundeslade im Boden liegt, liegt die Marienkathedrale der koptischen Kirche. Soweit die Geschichte zum Teil aus der Bibel, zum Teil aus dem äthiopischen Königsbuch. Aber da ist noch was. Die Juden kannten geheime Offenbarungen. Die kennt man unter dem Sammelbegriff Kabbalah. Da gibt es verschiedene Bände. Und in der Kabbalah wird zu Zeiten von Moses, zu Zeiten der Bundeslade eine seltsame Figur beschrieben, die heißt dort der Uralte der Tage. Dieser Uralte der Tage soll zwei Köpfe gehabt haben, einen großen Kopf und einen kleinen Kopf. Aus dem großen Kopf seien Schnüre heraus gewachsen, die unten in den kleinen Kopf wieder hineingewachsen seien. Im Bauch habe es geleuchtet. Der Uralte der Tage habe zwei Hoden gehabt, einen Penis und aus diesem Penis heraus sei Manna gekommen, das Himmelsbrot. Aber dieser seltsame Uralte der Tage funktionierte nur dann, wenn er mit der Bundeslade verkoppelt war. Und deshalb waren die Priester da, die Leviten, die als einzige wussten, wie man die Bundeslade mit dem Uralten der Tage verbannt. In heutiger Sicht könnte man sagen, die Bundeslade war so etwas wie der Generator, der Elektrizität lieferte, vielleicht ein kleiner Mini-Reaktor, sehr, sehr gefährlich für Menschen, die nicht wussten, wie man damit umging. Der Überlieferung nach waren in der Bundeslade die Gesetzestafeln aufbewahrt, die Moses von Gott erhalten hatte. Der Herr selbst soll die Bauanleitung dafür geliefert haben. Inzwischen sind auch andere Präastronautik-Experten davon überzeugt, dass es sich bei dem Kultgegenstand der Israeliten um eine technische Apparatur gehandelt haben muss, mit deren Hilfe zum Beispiel Moses mit seinem Gott in Funkkontakt treten konnte. Möglicherweise ruht noch heute der mysteriöse Kasten in einem sicheren Versteck. Und der Uralte der Tage? Vielleicht eine Maschine, die von den beiden Briten George Sassoon und Rodney Dale in jüngster Zeit als Manna-Maschine nachkonstruiert worden ist. Da ergibt sich tatsächlich eine Eiweiss produzierende Apparatur, da wurde Tau während des Tages eingesammelt oder am frühen Morgen das kristallisierte dann mit ganz bestimmten Malzzucker zusammen, ergab eine Flüssigkeit, die hinunterlief in zwei Behälter, das waren die sogenannten Hoden. Und der Penis war nichts anderes als der Zapfhahn, aus dem man dieses Manna abzapfte und dann trocknen ließ. Es war eine Art Grundnahrungsmittel, vergleichbar wie das heutige Mehl, aus dem man alles mögliche machen kann, wenn es nur einmal da ist. Die Geschichte der Könige aus Ägypten gemeinsam mit der Kabbalah ist eine aufregende Story, die uns heute eine uralte Technologie, die in Wirklichkeit sehr modern ist, wiedergibt. Nur zur Erinnerung, beim Auszug aus Ägypten begleitete Chachweh als sichtbarer mitziehender Gott die Kinder Israels 40 Jahre lang durch die Wüste. Er speiste das hungernde und murrende Volk mit himmlischem Brot, dem Manna. Immer wieder wurde von Bibelforschern versucht, eine Erklärung für diese Nahrung zu finden. Zu einer eigenwilligen Interpretation kamen die beiden genannten Briten Sassoun und Dale. Nach dem Studium jüdischer Überlieferungen konstruierten sie eine Maschine nach, die auf der Basis von Algenkulturen tatsächlich das seltsame Manna produzierte. Eine art komprimierte eiweißreiche Nahrung, die auch von heutigen Astronauten in ähnlicher Form verwendet wird. Jeder von uns kennt die Geschichte aus dem Alten Testament, in der Moses stellvertretend für sein Volk die zehn Gebote erhält. Eine Art Sittenkodex, der in seiner einfachen und direkten Form noch heute gültig ist. In der Bibel heißt es, im dritten Monat seit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten kamen sie in die Wüste Sinai. Sie schlugen ihre Zelte in der Wüste auf und lagerten sich gegenüber dem Berg. Moses stieg auf den Sinai. Am dritten Tag brachen donnerlos, Blitze zuckten und schweres Gewölk hing über dem Berg, der ganz in Rauch und Feuer gehüllt war. Mächtiger Posaunenschall erklang. War ein Raumschiff aus einer fernen Galaxie gelandet? War Chachwe eine manifestierte außerirdische Intelligenz und die Bundeslade eine technische Apparatur, eine Art Funkgerät zu den Göttern? Und das oft beschriebene Manna in Wirklichkeit eine eiweißreiche und leicht herzustellende Astronautennahrung? Die Aussagen des Alten Testaments werden ergänzt durch die am Toten Meer gefundenen Kumran-Texte, die eine wertvolle und erstaunliche Ergänzung zur biblischen Schöpfungsgeschichte bieten. Auch darin ist von Himmelswagen mit Rädern die Rede und von Rauch und Lärm, den die Himmelssöhne mit ihren Fahrzeugen verbreiteten. Die Welt besteht nicht nur aus Mythen, Legenden, heiligen Schriften, aus alten Texten also, die uns Geschichten erzählen, die moderner Interpretation sehr vernünftig klingen. Die Welt besteht auch aus Steinen, oft vorgeschichtlich aufgetürmten, gewaltigen Bauwerken, die wir bis heute nicht begriffen haben. Darunter die altbekannte Cheops-Pyramide bei Kairo, oder die Pyramide von Gizeh genannt. Wenn man der Ägyptologie folgt, gibt es überhaupt keine Rätsel mit dieser Pyramide. Ein Pharao namens Cheops soll sie so um zweieinhalb tausend vor Christus errichtet haben. Bis zu hunderttausend Menschen hätten für ihn geschuftet, ob freiwillig oder nicht, darüber kann man sich streiten. In 20 Jahren sei die ganze Arbeit erledigt gewesen. Cheops, so sagt die moderne Ägyptologie, sei ein Tyrann zwei Räume legen lassen. Den oberen Raum nennt man Königskammer und drunter den etwas kleineren Raum die Königinnenkammer. Allerdings gibt es im Felsen unter der Pyramide noch einen dritten Raum. Den nennt man unvollendete Grabkammer. Schließlich die Korridore zu den insgesamt drei Räumen. Das sei alles, sagt die moderne Ägyptologie. Der ganze Rest der großen Pyramide sei kompaktes Bauwerk aus Stein. Was eigentlich sagen die alten Araber dazu? Und ich meine jetzt nicht ihren Großvater von heute. Die alten arabischen Historiker? Wir Westmenschen kennen unsere Historiker wie zum Beispiel Herodot den Griechen, der Vater der Geschichtsschreibung. Wir kennen unseren Platon, unseren Plutarch, unseren Diodor. Aber wer hat schon je in der westlichen Welt von arabischen Historikern gehört? Brillanten Köpfen, die vor Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden ihre Geschichten schrieben, auch die Geschichte über die große Pyramide. Da gibt's ein Werk von einem arabischen Historiker, der heisst Al-Makrizi, ein zweites Werk von einem anderen Historiker aus dem 12. Jahrhundert, der hieß Al-Mamun, Abu Al-Sudi Mamun, wenn man's genau nimmt. Diese beiden Werke berichten eine unglaubliche Geschichte über die große Pyramide. Man liest, vor der Flut seien die Menschen noch so primitiv gewesen, dass sie mit den Tieren an derselben Tränke getrunken hätten. Plötzlich hätten die Wolken sich geöffnet. Aus den Wolken seien die Barken, die Schiffe der Götter herniedergekommen. Allem voran das Schiff des Gottes Osiris. Die Götter hätten zuerst mal Schulen errichtet im Land am Nil. Doch dann hätten sie Keulen geschwungen, seien ausgeschwärmt und hätten diese Primitivlinge in die Schulen geprügelt. Nach einiger Zeit haben die Götter gemerkt, dass die Menschen doch intelligent waren und wissensdurstig. Der intelligenteste unserer Vorfahren habe Saurit geheißen. Die Saurit sei derselbe, den die Hebräer Henoch nennen und die Griechen Hermes. Saurit, Henoch, Hermes, ein und dieselbe Gestalt. Ich bleibe jetzt beim arabischen Wort Saurit. Das sei also der gescheiteste gewesen. Die Lehrmeister hätten sich diesen Saurit zu sich gewunken und hätten ihm ihre Sprache beigebracht. Und wie er ihre Sprache sprach, hätten sie ihm Bücher diktiert. Zur selben Zeit sei die Kunde aufgekommen, eine schreckliche Flut würde die Menschheit heimsuchen und alles Fleisch würde vernichtet. Saurit hat das ebenfalls gehört. Er ging zu den Lehrmeistern und hat sie gefragt, warum eigentlich habt ihr mich schreiben gelernt, wenn doch jetzt das Wasser kommt und alles vernichtet. Die Lehrmeister hätten beschlossen, dafür zu sorgen, dass nicht die ganze Menschheit umkomme, dass noch ein paar übrig bleiben. Eine Parallelgeschichte dazu findet man im Gilgamesch Epos von sumerischer Seite oder in der Bibel unter dem Stichwort Ache Noah. Saurit war noch nicht zufrieden mit der Antwort. Er sagte, selbst wenn einige Menschen übrig bleiben, die müssen ja wieder von vorne anfangen. Und so bat er die Lehrmeister, sie möchten ihm gestatten, ein gewaltiges Bauwerk zu errichten. In dieses Bauwerk hinein möchte er viele kleine Kammern legen und in die Kammern seine Bücher, sodass die Generationen nach der Flut nicht wieder von vorne anfangen müssten. Weil die Zeit drängte und die Zeit drängte deshalb, weil die Flut bevorstand, hätten die Lehrmeister dem Saurit bei der Planung geholfen, nur bei der Planung. Sie haben keinen einzigen Stein für ihn rumgeschoben. Die arabische Literatur vermerkt allerdings noch, die Menschen vor der Flut seien körperlich größer und stärker gewesen als die Menschen nach der Flut. Saurit habe also die Pyramide gebaut, viele Kammern hineingelegt, seine Bücher da hineingetan und in vier Kammern habe er Geschenke der Götter gelegt für zukünftige Generationen. Am Ende habe Saurit das ganze Bauwerk wasserdicht gemacht, indem er alles von oben bis unten an allen vier Seiten mit Platten versehen hat und die Platten abdichtete, sodass kein Wassertropfen hineinkam. Zumindest das stimmt. Man weiß, dass die Pyramide völlig abgedeckt war mit Platten. Die Platten sind über die Jahrhunderte weggerissen worden von den heutigen Arabern. Man hat damit die Stadtmauer von Kairo gebaut, auch ein paar Moscheen und Regierungsgebäude. Nur deshalb sieht die Pyramide so aus, wie sie Erzählen uns die Pyramiden von Gizeh vom Anfang oder vom Ende einer großen Kultur? Wurden sie von den Pharaonen am Beginn der ägyptischen Epoche erbaut oder sind sie die Erinnerung an eine längst vergessene Zivilisation? Zusammen mit den Pyramiden der Pharaonen Mykerinos und Schäfren bildet das Monument des Cheops auf dem Plateau von Gizeh ein grandioses steingewordenes Rätsel. Innen sind die Pyramiden von Gizeh Sinnbilder der Vereinigung von Himmel und Erde für die anderen gigantische Totentempel. Nach der klassischen Ägyptologie wurde die Pyramide des Cheops bereits im dritten vorchristlichen Jahrtausend fertiggestellt und galt bis Ende des 19. Jahrhunderts als das höchste Bauwerk der Erde. Für die Weisheitsschulen der Antike verkörperte die große Pyramide den Gang der menschlichen Seele auf ihrer Wanderung durch die Welt. Von der Einheit der Pyramidenspitze in die Vielfalt, dem Pyramidensockel und wieder zurück zur Einheit, eine Idee, die ähnlich auch von fernöstlichen Religionen formuliert wird. Die große Pyramide hat zahlreiche Spekulationen sowohl über ihre eigentliche Entstehung wie über ihre astronomische Bedeutung ausgelöst. So sollen ihre perfekte Nord-Süd- Ausrichtung der inneren Gänge zusammen mit ihrem Winkel von 26 Grad es den Erbauern ermöglicht haben, den Sternenhimmel exakt zu vermessen. Englische Pyramidenforscher sehen in den drei Pyramiden von Gizeh das exakte Abbild der Gürtelsterne des Sternbilds Orion, wie es sich zur Zeit des Cheops über Ägypten formierte. Ein Hinweis auf die kosmische Heimat der Pyramiden Konstrukteure.